So Freunde, noch zu einem viel ebrischen herzlichen Willkommen zurück zu Yoshi's Island, dem nächsten Part, das dürfte jetzt schon 33 sein, denn ich glaube wir haben da irgendwelche Klaubobs, die versuchen uns wahrscheinlich wieder mal unser Baby zu klauen, so wie es aussieht, was ich schon mal gar nicht sympathisch finde, weil Klaubobs sind übelst nervig, ich hasse diese kleinen, ich hab nur mal einen, der Altpolen, okay, ich will da mal ein bisschen Randgruppenwitze, 362 natürlich, Gluthöhle, und ihr seht schon, was das hier mit der Glut tut, ach hier, guck mal hier. Hehehe, ans mich mal, wer fällt da noch so einen Scheiß bitte rein, natürlich icke, oh, leck mich, kannst du gleich mal knicken, Junge, bam, natürlich treffe ich jetzt nicht, flap, flap, und flap, und da heißt es auch wieder, tschüss für den da, hier einen Geist einsetzen, und hier einmal, bam, ah fuck, lass mein Baby in Ruhe, du Opfer. Alter, halt diese Polen hier, ist ja furchtbar, haha, ich glaube ich glaube ich schon wieder kritische Kommentare kriegen, so, der Typ hier haut jetzt ab, was ist das denn? Na, er soll abhauen, ist mir ja egal. Ist mir der Wumpe. Uah, Hilfe. Ja, nichts, danke. Ach, guck mal, hier ist hier auch so einer. Flap, Kopf weg, und da rein. So, hier einmal einen Eimer umschießen. Haben sie da einfach so eine Pflanze im Pin, wie ihr meint. So, hier, den kann ich nicht fressen, ja, genau. Gibt ja so eine Flamme, Flammen, die kann man auch fressen, aber die hier gerade nicht, irgendwie. Die machen mir gerade Angst weg, ehrlich bin. Uah, ja, an den Eierbecher komme ich gerade extrem gut ran, muss ich sagen. Na, 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 na. So reicht ja auch erstmal an Eiern. Jetzt muss ich nicht so viel Zeit verschwenden. Ich glaube, Yoshi's E-Send wird teilweise die kürzesten Parts enthalten, weil ich hier nur einzelne Level mache. Und je nachdem, wie groß das Level ist, dauert es halt mal länger und mal... Alter. Du kannst aber knicken, Bengel. Ach, gleich weggeschossen, geil. Na, hau ab, ist mir egal. So, hier, nochmal einen Eimerschuss. Ist aber voll in einmal, die Soße. Oh, der war gut gezielt. Am Blümchen, danke schön. Dankeschön für diese Ehrung. So, nochmal einen Eimer. Alter, was ist denn hier los? Oh, Hilfe! Den hab ich jetzt nicht erwartet. Ah, leck mich am Arsch. Lass mein Baby in Ruhe. Bam, und Kopf weg. Haha. So, das war's. Ach, ich hab keine Eier mehr. Das ist doch super. Heike, und welche Eierspender? Eierspender, hallo? Ach ja, hier ist ein Eierspender. Hehehehe. Uah. Danke für Ei. Hey, gib mir Ei. Danke. So, aufgeladen. He-ba-so. Das ist einer der Typ, die sich hier in einem Pilz versteckt und mir dann ein Baby klauen. Na, der da zum Beispiel. Bam, und tschüss. So, jetzt hab ich auch ein Reif für die Wolke hier. Danke für Sternis. So, den kann ich nicht töten. Da-da-da-da. Alter. Wow. Wow. He-ba-ducken. Das war knapp, aber gut. Gut gemacht. Muss man sich ja auch mal selber loben. Muss man sagen. Ich glaube, es... Wow. Erstmal Blümchen holen. Dann würde ich gerne mal hier sowas machen. Hehehe. Eigentlich... Würde ich ja wahnsinnig gerne... Komm, wir machen mal sowas hier. Wir holen uns mal eine Eismelon. Cool. Bam. Ah, fuck. Oh. In der Lava. Und der lebt immer noch. Ah, fuck. Ich bin noch rüffelsprungen. Oh. Und mit der Eismelone im Maul ist trotzdem Yoshi irgendwie abgefackelt. Die haben mich voll in den Lava geschubst. Voll mies. Der bewegt auf dem Kopf. Ich glaube, wir haben 200 Leben. Oh, mein Gott. Na gut. Die ganze Suche ist halt normal. Oh, Flap. Geil. Wollte geil. Aber ist gut. Na, sag mal. Treff den hier nicht. Bam. Tschüss, du Opfer. Sag mal. Für dich gilt der gleiche, Kollege. So, ich habe natürlich keine Eier mehr in petto. Haha. Dreck, Mist. Du kannst mich mal. Du, besser kannst du auch hinter dem Pilz bleiben. Das ist mir herzlichst egal. Ah, jetzt habe ich hier keine Eier, um die Eimer abzuschießen. Na toll. Aber da sind ja sowieso bloß Münzen drin. Also ist ja auch mal egal, ne? Hap. Zack. Nein. Komm weg hier. Kusch. Wenn ich storme, dauert der Part länger. Obwohl das bei Yoshi's ist ja echt nicht schlimm. Es war, die Parts halt nicht sehr lange sind. Uah, fuck. Das war schlau. Das war richtig schlau. Ich habe aber mal trotzdem den Stern verloren, obwohl es nur so kurz gedauert hat. Ah, Mist. Da, 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 da. So, jetzt bestimmt wieder, ja, hinausruh, eh, na? Bam. Ey, hallo. Bam, halt gesagt. Und dann hören sie noch nicht mehr auf dich, wisst ihr? Echt ätzend. So, danke für Coins, weil ich ja bin ja echt geiler YouTuber, ne? Wissen wir jetzt alle. Oh, ne, mal abhaut es mir in Rätsel. Ich dachte immer, wenn man die Münze klaut, greift er einen an. Aber nö, halt ab. So, flep. Dankeschön. Für Knete. Knete ist immer geil, muss man sagen. Knete ist gut. So, einmal. Uah, ach ja, hier kommt ja der raus, genau. Aber der bringt auch drei Münzen, also ist egal. Hauptsache, es bringt Geld, ne, wa? So, ich gehe jetzt hier mal ohne Eier, dann ist es mir egal. Kann ja hier sowieso nichts abschießen. Uah, ducken. Duck dich weg. Arbeite an deinem Speck. So, wieder die Mr. Edson-Sein-Tybis hier. Ich gehöre euch jetzt eiskalt. Ah, fuck. Baby, bleib. Bei mir. Och. Och, jetzt wollte ich hier so einen Kunst-Egg-Shot machen. Also, über eine Ecke-Shot nicht. Ich habe nicht mit dem Ei geschossen. Aber man hat nicht geklappt. Gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. Bin jetzt da so ein bisschen durchgewascht. Und habe nicht geguckt, ob in dem Getümmel da irgendwas drin ist. Weil manchmal ist ja... Hör auf zu quietschen, du Sack. Weil man muss ja schon sagen, dass... Boah, hier quietscht alles Hilfe. Weil man muss schon... Ah, aha. Bam. Sternis, danke. Oh, hör auf zu quietschen. Der kriegt ja einen Rappel von. Alter. Halt's Maul. Oh, fuck. Mahlzeit. Danke. Weil man muss schon fairerhalber sagen, dass manchmal auch in dem komischen Grappel, was man immer so weghauen kann... Ach... Oh, leck mich. Alter, hält's Maul. Ach, guck mal hier. Ach, du Scheiße. Hehehe. Uh. Alter, hab ich noch länger... Das Mausquetschen, der kriegt einen Rappel. Ey, warte mal. Machen wir es denn leiser. Oh, das geht mir gerade auf den Sack, Freunde. Tut mir leid. So, da unten ist noch eine rote Münze. Aber da oben ist noch eine Einbucht. Und da würde ich gerne mal rinfliegen. Da oben ist aber noch eine. Warte, fuck. Wie komme ich denn da ran? Ne, da komme ich niemals ran. Gut. Tschüss, du Spaten. Danke für die Münze, liebe Bräugner. Ich mach da wieder lauter. Keine Angst, weil ich wehre nicht, dass ihr irgendwie jetzt so hintergrundmäßig irgendwie was verpasst. Aber das Mausquetschen geht mir so auf den Sack, weil das ist so, so laut für mich. So, flapp. Hier ein paar Sternis. Danke. Sehr schön. Geht aber bis 30. So, jetzt müsste ich da ein Ei durchschießen oder was. Hat er klappt auf jeden Fall. So, mal ein bisschen Münzen essen. Münzen essen sind gut. Ach, hey. Haha, durchgerollt. Äh, darf man da runter? Ich mach jetzt mal wieder lauter. Mit dem Mäuseschein weg zu sein. M-m-m-m-sicherheit. Safe State. Ja, hier stoßt man ab. Mehr wollte ich gar nicht austesten. So, der da oben schießt eher mit Steine. Findet jetzt nicht so nett. So, da rein. Der kann da immer sterben gehen da oben. Hier nen Ballon mit. Bam, bam. So, ach. Halt's Maul. Ha. Voll durchgeschossen und den Treffer verhindert dadurch. Wow. Schon wieder. Bam. Und tschüss. Nimm schon, danke. So, wie sieht's aus? Vier Blumen und 13 rote Münzen. Oh, da fehlen auf jeden Fall noch ein paar rote Münzen. Aber jetzt sieht's so aus, als würde es hier noch ein paar geben. Oh, Hilfe. Alter, überall Feuer hier. Ziemlich heiße Sache, ey. Voll hot, Alter. Äh, ja. Das kannst du aber knicken, Junge. Für so ein Ticketfrühstück musst du aber früher aufstehen. Hey, ach ja, das stimmt. Den kann man halt so nicht ablocken. Gib mir mal Eier, Leute. Dankeschön. Lass mich doch mal in Ruhe. Hör mal zu, du. Ach, fuck. Hä? Jetzt hab ich den Typen hier hinter getroffen? Okay. Halt's Maul und du da oben hoch. Hä? Ich hab den doch gerade getroffen. Okay, kau ab. Ja, danke für Ei. Ja, aber schieß dich mal runter. Kein Problem, kannst du machen. Der ballert sich nur hier unten immer seinen Stützpfeiler da weg. Na das? So, guck mal hier. Und bam, kriegst du ein Ei ins Gesicht. So, dann kann ich hier immer Dosewatt machen. Ja, ist... Oh, das hoffe ich, hat niemand gehört. Da, da, da. So, halt, ich will jetzt drittes Sternchen noch haben. Dankeschön. So, na toll, jetzt sind da überall Baseball-Heinis drinne. Die kriege ich so nicht dauernd. Das ist schon mal klar. Ah, hier ist ein extra Workstern. Bam. Stern, ich Sieg nie brauche. So, da wollte mich gerade einer abbadern. Okay. Kann ich, glaube ich, mit Leben? So. Noch ein Workstern. Ein Leben. Toll. Ah, sieht noch nicht wirklich besser aus. Uuuh. Bam. Tschüss. So, ist hier noch was drunter? Nö. Gut. Dann würde ich sagen, verduften wir. Fehlt noch eine Blume und noch vier rote Münzen. Mal gucken, ob ich die noch finde. Wird ja nicht mal wieder Zeit für einen Fail, ne? So, hier muss ich speichern. Hier kommt ein Superbaby Mario. Na toll. Gut, Leute, Freunde. Let's go. Dumm, 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 bam, bam, bam. Klatsch, boom, down. Da war eine rote Münze dabei. Boah, Alter. Schwitz. Boah. Alter. Arsch. Ich hab den Stern dazwischen nicht eingesammelt. Fail. Na gut, was soll's. Kein Thema. Wir haben ja gerade saved. Gasavit. Wichu, genau. Wichu. Achteteig vermisst. Dan, dam, dam. Geht mal weg hier. Haut alle ab. Ich hab keine Zeit. Geld. Zeit ist Geld. Geld kann man nie genug haben. Also, lasst mich in Ruhe. Boah. Knapper Hot Shit, Alter. Bam, bam. Okay, muss ich gestampen. Hier den Stern mitnehmen. Danke. Lauf, Mario. Lauf. Da ist eine Münze. Lauf. Alter. Neun. Fuck. Wartet. Ah, ich hab keine Eier mehr. Leckt mich am Arsch. Jetzt sagt mich, ich hab keine Eierboni mehr. Aber doch, inhalt noch. Können's natürlich auch so probieren, ne? Ja, doch. Sollte machbar sein, eigentlich. Ha. Easy going. Ha. 100% Freunde. Und. 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 Zielen. Und damit ist Level 6, 2 auch beendet mit den ganz vielen Kompetenzen. Komischen. Wieder kein Bonus-Game. Ja, 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 ja. Da, 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 da. Dumm, da, dumm, da, dumm, da, dumm, da, dumm. 30 Sterne, 20 Münzen und 5 Blumen. Toll, danke. Da, da, da. Und. Dumm, da, dumm, da, dumm. Oh, yeah. Episch. Gut, dann würde ich sagen, im dritten Part geht's denn jetzt. Also, dritter Part meiner Aufnahme, ne? Geht's dann weiter mit. Mal gucken. Kann man ein Bild identifizieren? Also, auf jeden Fall Yoshi irgendwie fliegend mit Mario auf dem Rücken. Keine Ahnung. Ich lasse die so schlecht identifizieren bei Möchtegern 8-Bit-Bildern hier. Sieht manchmal aus wie die Bilder in Minecraft. Darauf kann man auch noch mal sehr viel erkennen, weil die auch mal sehr gut und scharf sind. Muss man sagen. Einfach mal astrein. Gut, Freunde. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann wieder. Macht's gut. Hau da rein. Und tschüss. Tschüssi Kopski. Ciao.